Hi, grüß dich. Hi. Könntest du dich bitte einmal vorstellen, so ein bisschen über dein Leben erzählen? Ja, also ich heiße Nadine, bin 25 Jahre alt. Ja, was soll ich großartig erzählen? Ja. Was machst du sonst so? Was machst du genau hier? Was mache ich hier? Ich wohne hier, ich gehe arbeiten. Hast du hier Familie? Ja, ganz Familie. Hast du zu dir noch Kontakt? Ja, zu allem. Wie sieht sonst dein Alltag so aus? Schlafen, essen, trinken, arbeiten gehen. Ich habe eine kleine Tochter. Was genau machst du? Ja, was mache ich auf der Straße arbeiten. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit zehn Jahren. Zehn Jahre? Immer nur auf der Straße? Nein, auch privat gemacht. Wie ist das so? Nicht toll. Rutscht man halt rein, ne? Wie ist das dazu gekommen? Durch einen Ex-Freund von mir. Der hat mich da reingebracht. Hat er dich gezwungen, oder? Nee, gezwungen nicht, aber drogenabhängig, ne? Durch Drogensucht, da reingerutscht. Nimmst du aktuell noch Drogen? Methadonen, ja. Auch andere Drogen, oder? Nein. Nein, keine mehr. Was hast du vorher genommen? Kokain. Aber da bist du jetzt schon weg, oder? Ja. Wie kommst du sonst an Geld ran? Also ist das... Kriegst du da noch irgendwie unter Spitzung? Familie, natürlich, ne? Was hast du vorher so gemacht, beruflich? Gar nichts. Immer, also... Was müsste passieren, dass du wieder dein normales Leben hast? Hm. Ich weiß nicht. Müsst du einen Klick bei mir im Kopf machen, ne? Therapie. Ja, und dann gucken, ne? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Boah, das ist eine gute Frage. Ja, auf jeden Fall hoffe ich nicht mehr hier, ne? Wo schläfst du momentan? Ich hab meine Wohnung. Auch hier? Ja. Was machst du sonst so? Was hast du gelernt? Hast du gar nichts gelernt sonst? Schule abgebrochen, achte Klasse. Sonst nichts. Hast du auch Freunde, die das auch machen, oder? Nee. Ja, so halt hier die Mädels, ne? Die kenn ich alle, aber sie sind nicht richtige Freunde. Wie ist das so, mit Freya mitzugehen? Da will ich gar nicht... Nee, da will ich gar nicht überlegen. Gab es da schon... Da rede ich nicht drüber. Man behandelt die auch ihren einen immer gut, oder? Eigentlich schon. Also kommt immer drauf an, ne? So wie du die behandelst, so wie du die behandelst, die dich auch. Aber du würdest doch schon lieber was anderes machen wollen? Ja, natürlich. Was wäre so dein Traum? Also was... Was wäre als Alternative? Keine Ahnung, irgendein anderer Job, ne? Was denn? Hab ich so viele Möglichkeiten. Tja. Hast du schon mal einen Entzug gemacht? Ja. Und dann bist du wieder rückfällig geworden? Mhm. Auch wieder durch Freunde, oder? Nee, so irgendwie, ich weiß nicht. Man ist halt nicht davon weggekommen, ne? Kommt der Stress, irgendwie? Ja. Was zahlen die Freya? Das ist egal. Aber sowas spricht man nicht. Ja, hast du noch irgendwie ne Botschaft an die Leute, was du sagen? Wir müssen wegbleiben von hier. Einfach nur wegbleiben. Weg hier aus der Nordstadt? Wegbleiben aus der Nordstadt, genau. Hast du schon immer hier gelebt in der Nordstadt? Nee, ich komme eigentlich aus dem Norden. Aber du kommst dann immer hier rüber, halb zu arbeiten? Ja. Ja. Sonst hast du keine Message mehr an die Leute? Nee. Wie gesagt, einfach nur wegbleiben von hier. Alles klar. Dann war es das auch schon. Ich bedanke mich bei dir. Bitteschön. Und alles Gute. Danke dir auch.